Konstantin Ontl bleibt dran, sucht eine Anspielstation, bleibt dann aber hängen und jetzt kommt der lange Pass. Oh, der hat Heunggrin! Was für ein Save von Peter Heunggrin gegen McDonnell! Und alle Fans feiern den Frenetisch! Klasse Save von Peter Heunggrin, der hier die Null hält. Den kommt auch vom Ex selber Christoph Schadeweil, einen Klatz auf den Hintern.